Also wenn er das nicht tut, wäre ich schwer enttäuscht. So, andere Geschichte war aber so diese Woche, wir hatten letztes Mal nach der Sendung so über diese Werbeblocker und Contentblocker auf iOS geredet und da waren noch nicht alle draußen. Und wenige Sekunden nach der Sendung hat dann irgendwie Marco Arment diesen Peace-Werbeblocker auf der Basis von Ghostory rausgetan und für drei Dollar, glaube ich. Und der war dann auch recht erfolgreich in den Charts, war also recht weit oben, teilweise sogar auf der 1, der Verkaufschart USA, durfte also durchaus einiges da eingenommen haben. Und dann ging so gefühlt am ersten Tag danach so die Diskussion über The Deck los, das Werbenetzwerk, was unter anderem bei ihm selbst auf dem Blog und bei Daring Fireball und sowas drin ist. Und was so anständige, nette Anzeigen sind, die nicht nerven und die klein sind und nicht blinken und alles geschmackvolle Werbepartner enthalten und sowas. Nicht tracken auch? Nicht überall tracken, aber so sehr, sehr moderat nur tracken. Und wäre also eigentlich in Ordnung, aber wieso ist jetzt der zum Beispiel da nicht ausgenommen gewesen? War so die Diskussion. Und nach gefühlten zwei Tagen war dann die Reaktion von ihm, den Werbeblocker wieder zu pullen und aus dem Store zu nehmen. Was war denn das? Ich weiß nicht, was das war, aber ehrlich gesagt, also ich habe an seiner Geschichte, so wie er sie darlegt, wenig Zweifel. Weil seine Geschichte oder seine Version ist die folgende, hat er diesen Werbeblocker so ein bisschen über den Sommer zusammengeschustert, hatte ja den Deal mit Ghostory, hat da Lizenzzahlung geleistet mit jeder verkauften Version. Also er hat letztendlich die Soft, die Up gebaut und die Liste, also die gepflegte Liste, was geblockt wird und wie es geblockt wird und so weiter, das hat er als Ghostory gestellt. Und die waren anscheinend, die hatten keine Up bereit und dann kam er anscheinend zur richtigen Zeit und konnte die lizenzieren von denen. Gegen halt eine nicht näher gesifferte Gebühr. Und ja, und deswegen war das eigentlich ein, also diese Ghostory-Datenbank war halt schon ein ganz guter Catch scheinbar, weil da gibt es, das variiert, die Qualität der Werbeblocker variiert, je nachdem, welche Datengrundlage du gibst. Also das kann man im Einzelnen nicht so richtig nachvollziehen, aber ich hatte, wie gesagt, auch bei Peace dann der Up ein sehr gutes Gefühl, dass das ganz gut klappt. Ich meine, es ist natürlich die ganze Diskussion über Werbeblocker und wie cool es ist, dass man die verwendet oder wie uncool es ist, die ist halt so ein bisschen, hat sich die dann an ihm abgerollt. Und zwar, weil seiner natürlich auch einer der, weil er natürlich eine populäre Person ist und die öfters mal gerne aneckt. Er hat ja auch ein, zwei bittere Blogposts zu der ganzen Banner-Situation und Werbe-Tracking-Situation geschrieben. Und hat viel Zustimmung erfahren und auf der anderen Seite natürlich auch viel, viel Hauer eingesteckt dafür. Und ihm war es halt zu blöd nach zwei Tagen. So fühlt es sich für mich an. Und man muss ein bisschen dazu wissen, das ist natürlich ein Indie-Entwickler, macht jetzt Overcast seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren, hatte Instapaper davor, hatte The Magazine davor, hatte er verkauft. Und er war ganz früher bei Tumblr, eines der ersten Mitglieder bei Tumblr. Und Tumblr wurde ja an Yahoo verkauft und durch diesen Verkauf ist da ein bisschen Geld abgefallen. Und deswegen kann er es sich, oder sagt er selbst, kann er es sich auch leisten, so einen populären Werbeblocker, der mit drei Dollar, was ja in App-Store-Dimensionen gigantisch viel Geld ist, an Position 1 auch mal zurückzuziehen. Weil das halt irgendwie vielleicht dann eine Summe ist, die da keine Rolle oder nicht so eine große Rolle spielt, um sich halt mit dem Ärger dann auseinandersetzen zu müssen. Und so würde ich die erstmal als nachvollziehbar hinnehmen, die Geschichte. Aber war es nicht irgendwie vorher klar, dass das nicht unkontrovers ist, dass du eben mit Werbeblockern auf der einen Seite Publikationen, Einnahmen entziehst, auf der anderen Seite den Kunden, den Nutzern irgendwie die Experience, von der Experience her eine bessere Erfahrung gibst. Und dass es ja Krieg gibt, ist ja irgendwie, also ich bin davon ausgegangen, dass es genau so kommt, oder? Ja, ich meine, aber trotzdem ist es ja für ihn wahrscheinlich eine persönliche Frage gewesen, auf welche, ja nicht auf welche Seite er sich stellt, sondern ob er, und das war ja auch der Teil der Begründung, ob er halt Teil davon sein will. Und das war ja seine Entscheidung, dass er nicht als Teil der Werbeblockerindustrie daran explizit beteiligt sein will, dass ihm wie vielen anderen auch Tracking und etliche Werbeformate missfallen. Das ist ja eine Geschichte, aber ob du dich dann zu einem Teil machst und zu jemandem, der entscheidet, was eben geblockt wird und was nicht geblockt wird, was auf einer ganz anderen Ebene landet. Selbst wenn du sagst, okay, ist es auf Ghostory basiert. Und Ghostory ist ja auch eine schräge Kiste. Also ich meine, ja, also die, ganz, genau wie diese anderen Werbe, meisten anderen bekannten großen Werbeblocker-Dinge, das sind alles, vorsichtig formuliert, schräge Angelegenheiten, ja. Also das sind keine Helden der Unabhängigkeit und der Befreiung, ja. Also diese Wahnvorstellung sollte man sich nicht hingeben. Auf der anderen Seite, ja, es ist halt, ich meine, dass die Werbeblocker inzwischen eine gewisse Berechtigung erlangt haben, ist, glaube ich, eine traurige Wahrheit, an der es wenig vorbei zu diskutieren gibt. Und dass er jetzt diese Entscheidung getroffen hat, es zurückzuziehen und zu sagen, ja gut, ich meine, beantrag halt dein Geld zurück. Und dann hat sogar Apple ja inzwischen gesagt, so, wir machen jetzt einfach, bam, alles wird halt rückerstattet sowieso standardmäßig, was sie, glaube ich, echt noch nicht oft gemacht haben. Bei The Magazines haben sie es einmal gemacht. Ja, also da habe ich jetzt, ja, das ist interessant, weil da hatte ich jetzt zum Beispiel auch keine Erinnerung mehr dran, dass das da auch, das wird ja in einem viel kleineren Rahmen auch gewesen sein. Klar, ja, ja. Also The Magazine, weil im Vergleich wahrscheinlich zu dem Summen, die jetzt da reingespült wurden in den paar Tagen an den vorderen US und überhaupt, also war ja nicht nur in den USA weit vorne, aber in den USA ist natürlich nach wie vor vermutlich außer China, also völlige Umsatzmasse, die da reinkommt. Und ich meine, das sind, ja, also da fallen schon ein paar M5 raus aus den paar Tagen an der App-Store-Spitze. Aber die werden, ja, die werden natürlich jetzt, wird dann von Apple sowieso automatisch wieder, offenbar automatisch zurückgezahlt. Ich weiß nicht, ob da jeder Käufer schon seine Rückzahlungsbescheinigung oder was auch immer Apple dann zustellt hat, aber das sah so aus, das hätten sie es einfach rückgängig gemacht und einfach gesagt, okay, das war jetzt drei Tage drin, Leute haben dafür bezahlt, klar, da kann jeder natürlich einzeln beantragen und sagen, ich will Geld zurück und so, aber dann, das war so kurz der Zeitraum und die Aufmerksamkeit so groß auf diesem spezifischen Produkt und Apple muss, glaube ich, auch, ist bei diesen, ich meine, Apple hat es sich auf eine gewisse Weise ja einfach gemacht. Also ich meine, ja, diese, also Stellvertreterkrieg, ja, wir sagen so, wir bieten keinen Werbeblocker an, aber ihr, liebe Entwickler, könnt natürlich blocken, was ihr wollt im Browser, was natürlich darauf hinausläuft, dass halt natürlich Werbung geblockt wird und Apple da so ein bisschen fein aus der Rolle ist, weil natürlich Safari von Haus aus ja ohne Werbeblocker kommt und nach wie vor ohne Werbeblocker kommt, aber jetzt eine sehr einfache Schnittstelle halt dafür oder eine relativ einfache Schnittstelle dafür mitbringt. Ja, siehst du, dass die Beispiele, die sie auf der WWDC geblockt haben, waren auch ganz lustig, so irgendwie, so, ich mag keine Hundefotos, dann mache ich einen Blocker für Hund.jpg. Genau, ja, sehr gut. Sehr gut, Hund.jpg muss unbedingt geblockt werden. Ja, ja, also das...